hallo herzlich willkommen möge die macht mit euch zeigen eine weitere folge vom samt ok star wars battlefront diesmal hüpfen wir durch den wald das ist der spiel modus gefecht und die karte heißt imperiale station ja da geht es drunter darüber dass es die ist die karte ist ziemlich klein das heißt ziemlich klein dies aber ja so klein ist sie gar nicht aber ein haufen möglichkeiten zum verstecken aber irgendeiner sieht sich immer und die spawn punkte ja ja es sind halt da fliegt er hin schaut es euch an es lohnt sich auf jeden fall star wars battlefront immer noch das ein sehr 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 gutes empfehlenswertes spiel ja ich wünsche euch viel spaß haut rein euer wuki wir verlieren die kontrolle über diese schlacht und und Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.